hallo meine lieben ich hoffe euch geht es gut ich möchte heute gemeinsam mit euch etwas online shoppen denn ich bin total oft am einkaufen und zwar online weil das ganze hat einen grund ich kann damit am meisten geld sparen ich brauche ein meine doch da wird nämlich eingeschult ein schulranzen und das problem ist dass die meisten leben keine schulranzen mehr haben zumindest nicht in der großen auflage wie vorher jetzt brauchen wir ein schulranzen aber egal was ich einkaufe ich liebe es einfach geld zu sparen und da möchte ich euch eine seite vorstellen die einfach nur unglaublich gut ist weil wir können dadurch richtig geld sparen und geld sparen heißt entweder wir haben dann ein bisschen mehr im portemonnaie oder auf dem konto oder meine devise ist wenn ich irgendwo geld einspare wo es ein anderer nicht tut dann kaufe ich mir noch etwas zusätzlich dazu das habe ich schon immer so gemacht und konnte mir dann einfach viel mehr leisten als andere in meinem alter weil die ach ich brauche jetzt mal das dann kauf ich es wo ich gerade bin und ich habe immer versucht die preise zu vergleichen aber mittlerweile mit den online stores ist es so easy geld zu sparen da ist ja früher ist wirklich total schwer gewesen und da möchte ich euch eine wunderbare seite wie gesagt zeigen die nennt sich egal da könnt ihr euch total einfach also ich habe mich mit meinem google account angemeldet aber man kann sich auch per e mail anmelden oder facebook aber ich bin so eine ehrlich gesagt faule socke zack zack und mit zwei klicks war ich angemeldet ihr bekommt dann eine e mail und aktiviert eure konto und fertig ist das ganze aber ich möchte euch zeigen wie das ganze funktioniert wir gehen auf igra.com dann melden wir uns an ich bin jetzt mitglied seit fünf tagen so ich habe den status bronze ich habe eingegeben welche sachen mich interessieren damit die seite mir auch gleich mal shops die mich eventuell interessieren könnten vorschlägt was ich total gut finden weil sie wirklich auch die läden dann mir zeigt also ich liebe zum beispiel nike wird gleich mal gezeigt topshop und kiko bei kiko gehen wir mal einfach auf kiko seite drauf ja und da haben wir sieben prozent cashback für deine bestellung wir können dann einfach weiter zum shop gehen und schon können wir wenn wir hier etwas bestellen geld sparen was genau cashback bedeutet will ich euch auch noch mal ganz schnell erklären also zum beispiel hier steht sieben prozent sagen wir mal der einkauf beträgt 100 euro dann bekommen wir sieben prozent das wären sieben euro auf unser igral konto gut geschrieben und ab einem betrag von 20 euro können wir uns das ganz easy auszahlen lassen entweder auf eine auf ein konto was wir hinterlegt haben oder zum beispiel für mich wäre es auch super über paypal weil ich gerne auch mit paypal bezahle und dann habe ich immer so dieses gut haben gerade wenn wir zum beispiel uns das echt mal gönnen wollen das was wir erspart haben für irgendwelche luxus sachen die wir uns vielleicht so nicht sofort kaufen würden dafür zu verwenden dann habe ich zum beispiel irgendwann mal da 50 euro und kann dann etwas anderes damit shoppen da kann man auch die seiten dann bewerten so wie ich es auch finden über kiko steht ein toller shop mit großer auswahl und schnellen versand günstige aber gute qualität das also das finde ich auf jeden fall auch kiko hat durchaus total coole sachen da aber ich möchte euch zum beispiel noch zeigen die seite otto weil eventuell wenn ihr dann zum beispiel noch kein kunde seid hat hier otto ein 15 15 gutscheine und rabatte also die zeigen uns auch welche rabatte es dazu geben könnte ihr bekommt ein 2 euro cashback also patricia du warst gleich auf den hersteller sagte weitergeleitet 15 euro und neukundengutschein inklusive gratis versand da einfach den gutschein ausschneiden und dort aktivieren wir können jetzt hier einfach auf kategorien gehen und sagen wir mal verreisen ist jetzt wahrscheinlich ein großes thema bei vielen da gibt es reisebüro pauschale reisen was ziemlich interessant sein könnte und wir haben hier sämtliche seiten das nenne ich mal eine große auswahl also wir haben wirklich die wo ich schon oft auch gebucht habe wie ab in den urlaub dann expedia habe ich schon gebucht ebookers habe ich auch schon gebucht aber mich würde interessieren gibt es zum beispiel jetzt wir haben oder holiday check wir haben nämlich das problem dass die meisten seiten uns gar nicht nehmen weil wir vier kinder haben aber holiday check ist da dabei und man kann bis zu 30 euro cashback zurückbekommen das heißt wir buchen über wenn wir drüber gegangen sind wir buchen eine reise und unseren konto wird dann nach einer gewissen zeit ein cashback von 30 bis zu 30 euro gutgeschrieben so aber aus aktuellem grund möchte ich mit euch gemeinsam jetzt einen schulrucksack für meine tochter bestellen weil ich schon einen preis gefunden habe von 180 euro und dachte mir okay ich habe nach rabatten gegoogelt da gab es jetzt gar nichts und dann ist mir eingefallen ist so patricia du kannst doch hier einfach mal gucken also ich wusste jetzt nicht welchen laden ich nehmen soll und habe einfach mal schulranzen reingeschrieben und da haben wir einmal schulranzen online shop bis zu sechs prozent cashback welchen wollen wir denn also ich brauche für die iselle ein leichten weil sie ist einfach sehr zierlich und da geht nur ein leichter sie möchte einen rucksack der grün ist also ein schulranzen da ist wirklich der den ich brauche und eine passende schultüte ob die bestachen überlebt soll ich noch eine schul hier gibt es nämlich noch die passende schultüte dazu die könnten wir auch noch ein bisschen verschönern also ich mache das erstmal in den warenkorb dann haben wir noch dazu was man dazu machen könnte ist eine trinkflasche in den warenkorb ein geldbörse komm machen wir auch noch eine geldbörse dazu in den warenkorb das sind jetzt dann 175 euro so dann bestellen wir das ganze habe ich noch genug geld auf meinem paper ein moment ja es ist genug da okay ich habe genug geld drauf dann bestellen wir das ganze jetzt mal was kostet express 16 euro okay wir machen standard okay gut dann express kauf 180 vor kasse vor kasse sind drei prozent weniger oder machen wir doch für vor kasse kann man ja noch mal geld sparen 5 euro 50 okay machen wir für vor kasse machen wir vor kasse oder paper was machen wir also wenn ich auf dieser seite vor kasse bestelle sind noch mal drei prozent weniger wir machen per vor kasse dann überweise ich das gleich okay machen wir weiter okay jetzt bekomme ich eine e mail ich bin so gespannt okay jetzt gucken wir mal auf igral ob da wahrscheinlich jetzt noch nicht sein wird das dauert glaube ich einen augenblick ja und hier steht bis auf einige ausnahmen wird das cashback in der regel 30 minuten bis zwei tage nach dem einkauf auf dein igral konto vorgemerkt ja meine lieben ich habe endlich meinen schulrücksack für mein kind und kann berühmt in den urlaub fliegen weil ich habe mir schon gedacht was mache ich jetzt und ja ich habe jetzt ganz gut geld gespart durch die vorkasse und auch noch cashback sind 15 euro geworden und es gibt das problem ist es gibt nirgendwo mehr diesen schulranzen den ich hier jetzt bestellt habe ich habe ihn günstiger brauchen nirgendwo zu parken und ja kriege cashback davon werden dann die weihnachtsgeschenke gekauft von meinem cashback so meine lieben und als kleines dankeschön gibt es noch einen link in der infobox wenn ihr euch darüber bei igral anmeldet bekommt ihr nicht nur fünf euro gutschrift auf euren cashback konto sondern zehn euro und das ist doch mal was zehn euro haben nicht haben dann könnt ihr gleich weiter shoppen und ab 20 euro wird das ganze auf eure konto überwiesen oder wie gesagt auf ein payback konto einfach aussehen lassen